Ja, Mann. Ja, ist wirklich so. Was glaubt ihr, warum wir so ein blödes Pixelspiel spielen? Weil wir es wollen? Nein, weil wir Geld verlieren. Aber wir Geld dafür mögen. Alter, wir sind auch gar keine Freunde. Wir sind Partner, Businesspartner. Wir machen das einfach nur Mittel zum Zweck mäßig. Das ist echt so. Ja, glaubt den ganzen Scheiß auch noch. Das musst du einfach mal so failmäßig drin lassen. Ja, genau. Hab ich schon erwähnt, dass ich in Unterhosen aufnehme? Ja, du hast gesagt, dass du keine Klamotten trägst. Ja, untenrum nicht. Auch untenrum nicht. Nein, du untenrum nicht. Ich hab ein T-Shirt an und halt eine Unterhose. Ja, ich hab ein T-Shirt und eine Jogginghose an. Ja, okay. Mit Unterhose? Die Fragen! Allein dafür, ohne Spaß, allein damit, dass ich mach einfach eine Folge, wo wir nur so ein Bullshit labern. Stimmt, das kannst du gut ans Titeln nehmen. Ja, aufnehmen ohne Unterhose. Nackt aufnehmen, Fragezeichen, Ausrufezeichen. Nackt aufnehmen, Fragezeichen. Wir beantworten eure Fragen, Q&A. Wir beantworten eure perversen Fragen. Perverse Fragen mit Freunden. Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. So. Hahaha, das lass ich alles drin, du perverse Dreck-Sau. Ja, lass doch irgendwas mal. Ja, ich lass alles drin, Mann. Nein, Alter. Es geht ab, Leute. Vielen Dank fürs Einschalten. Guckt euch mal diesen großen, lieben Gesellian, den Job Schaffee. Uuuuh, es ist Halloween. Ja, Mann. Und ich hab noch gar keine Blöcke in der Hand. Nein, mir fehlen auch Blöcke. Gut, dass du mir vorher gesagt hast, wie viel du willst. Ich möchte bitte 32 Stück. Bitteschön. Und wir sind in der wunderbaren Version. Kann ich den Rotz jetzt abnehmen? Danke. Ja, hey, es ist der geilste Halloween, Mann, ja? Es ist ein wunderschöner Commerz-Festival, ja? Setz den Kack mal auf, das sieht man überhaupt nicht. Ja, ich kann das gerne aufsetzen. So, hier, pass auf. Oh, Leute, man sieht ja echt nichts. Alles klar. Okay. So, warte. Aua. Aua. Ja, Freunde, also, wir sind Version 10.2. Bestes Kampfsystem ever. Vor, und damit würde ich sagen, gehen wir jetzt auch hin und starten den Timer. Den Timer, okay. Wie immer, für die, die noch keine Folge Lucky Blocks gesehen haben, auf jeden Fall nachholen. Gibt's auch eine wunderschöne Playlist. Und, ja. Aber wir sind etwas aus der Übung, das dürfte man aber, glaube ich, verstehen. Ja, tatsächlich. Aber es liegt auch nur daran, weil wir so lange Lucky Blocks mehr gespielt haben. Oh, bei dir geht ja auf jeden Fall schon mal hart die Post ab. Ja. Kannst du diesen komischen Bob mal bei dir drüben lassen? Der kommt nämlich gerade zu mir rüber. So, hier. Hau ab, Bob. Bob ist mein Freund. Bob ist mein Freund. Ey, wo kommt der denn her? Ach, der ist über die Pumpkins drüber. Dieser Sack. Okay, ich verstehe. Alter! Hau ab, Bob. Ich will nichts mit dir zu tun haben. So. Was hast du denn eigentlich die letzten zwei Wochen gemacht? Dicke, ich war eigentlich nirgendwo. Nein, nicht viel. Glaube ich. Du hast im Prinzip rumgepimmelt. Ich hab, ja, ich hab, naja, ich hab Versorger gespielt. Ah, Versorger. Sehr löpig von dir. Ja, und, nee, ansonsten. Ihr müsst nämlich wissen, Tom ist Vater geworden. Von vier Kindern. Von vier Kindern. Aber du hast mich ein bisschen traurig gemacht. Ich hab tatsächlich nicht viel gemacht in den letzten zwei Wochen. Aber es war halt auch, es ist irgendwie wenig los in letzter Zeit. Ich meine, du warst ja im Urlaub, aber das Wetter ist halt auch scheiße. Wenn das Wetter scheiße ist, dann kannst du nicht so viel machen. Also, dann willst du auch nicht so viel machen. Das ist wohl wahr. Kann ich absolut nachvollziehen. Aber du weißt ja, jetzt geht es ja so langsam auf Weihnachten zu. Und dann können wir wieder alle schmücken und ganz schön sichern. Ja, ist das nicht toll? Nein. Ich hab die letzten Jahre auch nicht geschmückt. Ich hab gar keinen Baum. Ich wüsste mir echt mal einen Baum kaufen. Oder so einen Aufstellbaum. Wie machst du das eigentlich? Ich hatte letztes Jahr einen Baum. Einen echten, oder? Ja, einen echten. Aber ich bin auch kein großer Freund des Schmückens. Also, ich geh gerne auf den Weihnachtsmarkt. Weil die da halt einfach immer geilen Scheiß haben. Ja, Hamburg Weihnachtsmarkt ist halt auch ziemlich awesome. Ähnlich, ich hab mal eine Waffe bekommen. Wahnsinn. Und da heute Halloween ist, könnt ihr auf jeden Fall gerne mal in die Kommentare reinschreiben. Wir reden jetzt schon über Weihnachten. Als was ihr euch heute verkleidet oder verkleidet habt. Weil ich weiß, früher in der Schule ist man zumindest hingegangen und hat sich tagsüber geschminkt, sag ich mal. Okay. So, also es war bei mir so. Also vormittags an dem Tag, wo Halloween war, sind wir halt hingegangen und haben uns als irgendwas verkleidet oder so. Und die Lehrer fanden das auch ganz witzig. Ich glaube, es ist auch ganz entspannt, wenn wir mal kein Halloween-Special bringen. Weil ich glaube, die meisten Leute haben jetzt auch schon die Schnauze voll davon. Vom Halloween-Special? Meinst du so wie diese Folge hier? Ja, aber scheiß drauf, Mann. Wo ist denn hier ein Halloween-Special? Ey, hast du die ganzen Pumpkins nicht gesehen? Die hier stehen? Ich habe mir voll Mühe gegeben beim Schmücken, du Banause. Ich bin übrigens fertig. So, okay, ich bin fertig jetzt. Ja, ich auch. Ich habe auch nichts Besonderes. Ne, ich auch nicht jetzt zwingend, aber... Achso. Ja, ich hatte kein Essen mehr und so. Okay. Okay, dann würde ich sagen, dann stoppe ich mal kurz den Timer. Moment, Pause. Pause. Alles klar, bist du bereit für die erste Runde? Ich bin bereit, Dicke. Alles klar, dann go, go. Okay, du hast ein verzaubertes Schwert. Oder wie sieht das aus? Du hast ein verzaubertes Schwert. Kriegst du eigentlich überhaupt Damage? Ja, schon. So, komm jetzt hier. Boah, das Kampfsystem ist so ekelhaft dreckig. Das ist einfach so... Ja, Mann. Ich sterbe übrigens gerade. Wenn du mich verbrannt hast! Mann! Bullshit! Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Scheiße! Okay, das hat nicht funktioniert. Aber ist das jetzt die neue Art zu kämpfen, Alter? Das ist ja mal mega behindert. Ja, ich finde das auch mega low. Okay, ja. Ja, okay. Los geht's. Was ist das denn für ein Scheiß? Keine Ahnung. Ich gebe dir jetzt einfach. Ich gebe dir jetzt einfach Hard-Ops im Maul. Ich gebe dir jetzt einfach. Boah, guck mal hier, wie schnell ich... Man muss einfach nur... Vielleicht kann ich dir auch auf den Kopf fahren. Vielleicht macht das mehr Schaden, weißt du? So, BAM! Aber wahrscheinlich kann man springen und irgendwie dreißig Saltos machen, dann hat man irgendwie... Ja, aber guck mal, die haben sich... Die Entwickler haben sich halt gedacht, boah, wir machen das jetzt voll taktisch mit dem Kämpfen hier. Man muss warten. Guck dir das mal an, ey. Was ist das für eine Scheiße? Das ist doch mega toll. Das ist so spannend. Boah, ich habe gewonnen. Nice. Okay, jetzt gebe ich dir aufs Maul. Hey. Hey. Wo ist der hin? Ich sehe dich nicht mehr. Wo bist du denn? Ja, jetzt regnet es auch noch. Hey, der hat das Schwert fallen lassen, der Sack. Wo ist er denn? Hä? Du bist so ein feiges Stück. Ich will nicht wissen, wie auch du das schon gemacht hast. Wo bist du? Ah, schön. Ah, warte, ich esse erst mal was. Wo bist du hin? Da, da ist er. Wieso wächst du da nicht? What the fuck? Du bleibst da nicht hängen. Ey. Das gibt's doch nicht. Wieso bist du da nicht hängen geblieben? Ich sehe dich nicht mehr. Das ist ja auch gut so. Komm, so feige Stück Scheiße. Du musst regenerieren, warte. Boah, das kann jetzt fünf Jahre dauern, das Battle. Komm, ja, komm. Ich scheiße. Jetzt komm her, Mann. So, hier, ficken, ey. Einfach aufs Maul. 2, 1. Okay, go, go. Bam, Junge. Warte. Das ist doch... Ja, du bist wieder unsichtbar. Hui. Nein, ich will mir die... Ich bin nicht unsichtbar. Klar bist du unsichtbar. Warte. Hey. Ich bin nicht unsichtbar. Ja, bist du auch nicht. Jetzt... Alter. Alter, was ich mir jetzt alles an Buffs gegeben habe. Das ist... Warte ich jetzt einfach mega lange mit diesem Ding hier. Und hoffe, dass... Au. Ey, was... Was geht ab? Du hast mich voll weit weggeschlagen. Ich treff dich nicht mehr. What the fuck? Wo bist du? Das ist ganz gut. Komm her. Wieso... Wieso springt mein Charakter eigentlich zwischendurch immer random? Wo bist du hin? Da. Ich sehe... Ey, wie mir das auf den Sack geht, Mann. Ficken! Nein! Boah! Nein! 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 Das gibt's nicht. Das kann's nicht sein. Komm schon. Stirb doch jetzt mal. Geh doch drauf! Wieso springt mein Charakter die ganze Zeit? Das ist total ätzend und nervig. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Nein. Ich spamm hätte dich jetzt einfach. Es ist mir völlig egal. Ich fasse jetzt. Ich spamm hätte dich. Ich spamm hätte dich voll. Au. Fuck! Nein! Nein! Du... Oh, du bist... Ja! Sieh! Das ist das, Alter. Das ist so behindertes Kampfsystem, Alter. Boah, das ist so ein scheiß Kampfsystem, Alter. Liebe Leute. Das war so schlecht einfach nur, ja. Ja, mach's den Nix, ey. Wir können uns das natürlich noch mega lange darüber beschweren. Wir finden's scheiße. Ich weiß nicht, wie ihr es findet. Ja, vielleicht findet ihr es besser. Stimmt. Schreibt eure Meinung in die Kommentare. Liked dieses Video, teilt es mit euren Eltern. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi! Tschüss! Ja, heißen also, alle, die heute Halloween feiern gehen wollen, sind hart am... Außer die YouTuber. Weil wir scheiße arbeitslos sind. Richtig. Das hast du hoffentlich alles mit aufgenommen. Ja, natürlich. Kannst du auf jeden Fall davor schneiden. Wir mögen euch eigentlich gar nicht leuten. Nee, das mach ich für die... Das glaubt ihr, warum wir die Videos machen, Alter. Das packe ich in die Endcard rein. In die neue supercoole Endcard.